So, nächster Teil, gleiche Map, so, nachdem Wiko uns beim letzten Versuch alle in den Tod gerissen hat, und sich schlecht gelacht hat, hast du uns einfach sitzen lassen, Junge, und eigenmächtig davon geraten, nicht mehr mit uns geredet hat, auf niemanden mehr gehört hat, versuchen wir es jetzt nochmal, wir geben ihm noch eine Chance. Alter. Wiko, Wiko. Willkommen zu ihm. Ich hasse euch, Leute, ich hasse euch. Folgt mir jetzt einfach und Tempo. Alles klar. Kann es sein, dass du schneller läufst als ich? Oder als hier, allgemein? Er läuft in allgemein schneller, ja. Oh, alle laufen, alle versuchen in die selbe Richtung, die Line of Fire aus dem Weg zu gehen, und bleiben dabei in der Line of Fire. ganz blöde. Ganz blöde. unterdeckt nein das tut mir leid Du bist mir da genau reingelaufen. Jetzt aber wirklich. Ja, jetzt aber wirklich. Immer ist dir da jemand genau reingelaufen. Ich hab die Fiecher abgeballert. Du hast es gesehen und du bist direkt hervogelaufen. Kommt rein in den Schach. Wir müssen da oben nichts gut machen, oder? Nein, ihr müsst durch den Schach. Komm. Scheiße. Kann mich nicht heilen. Fickt euch, ihr scheiß Fiecher. Dann hab ich wieder die Sentry Gun mit, verdammt. Ich vergesse meine Wacht wieder ausgetauscht. Ja, dann nochmal jetzt, ey. Ja, warte, wir holen noch ein paar Raum. Ami ist jetzt auch tot. Ich glaube, wir brauchen noch zwei Medics, ey. Da hatten wir eben so einen wunderbaren Versuch. Denk ich, nee, wir schlagen. Aber das ist immer toll. Oh, ich drehe durch. Ich bin versucht, auch mal ein Medics zu spielen. Okay. Ja, lass uns beide Medics spielen. Das kann eigentlich nicht schaden. Jetzt hab ich auch die Precision Rifle. Ja, ich wechsle auch mal vom Tech zum Heavy Gun Mugger. Mit dem kann ich besser spielen. Dann mach ich jetzt mal den Tech. Brauchen wir einen Tech? Ich weiß nicht, ob wir einen brauchen. Ich glaube nicht. Wir brauchen auf der Map keinen Tech. Ach so. Lasse, dann spiel doch auch Medics. Ich glaube, man kann nur zwei Medics spielen. Nein. Ja, nur zwei. Hey, Michi, du hast selber mal erzählt, dass du mal mit drei Medics unterwegs warst. Und dass du dich... Alles Lüge. ...nie so cool... ...schreben. Alles Lüge. Alles klar. Aber ich nehm mir jetzt einen Plammwerfer mit. Aber welchen Medics... Ja, da. So. Groove Healing. Gegen was tausche ich das denn mal aus? Gegen ne Waffe. So, ich spiel Medics und tausche mein Groove Healing gegen irgendein Gewehr aus. Was für ein Item sollte ich am besten mitnehmen? Die Combat Flare ist ja wohl nicht, oder? Du kannst mich schon sehen. Nimm Heavy Armor oder sowas. Was, ja. Ich glaube, ich nehme mal so einen Damage Amplifier mit. Ich finde das aber was. Dieses Groove Healing wird dann da abgelegt, wo ich mich hinstelle, oder? Ja. Hm. Also, das habe ich jetzt gefragt und hätte auch sein können, dass man es irgendwo mit der Maus irgendwo ablegt oder so. Fynnix. Halt die Fresse. 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 Oh Leute, bleib an dem Felschritt! Okay, weiter, 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 weiter. Ich hab vorhin richtig schnell den Held verloren auf einmal. Ich weiß nicht, wann ich war. Nicht nach oben, nicht nach oben. Kommt sofort nach rechts weiter. In den Schacht, in den Schacht. Ich hab' den. X4 hat mich dann... Hallo! X4 hat mich dann... Scheiße, scheiße, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja, super, danke. Okay. Ich kann doch eben schon zwei Heilungsfelder hier auf dem selben Platz gehen. Hat das nicht gereicht? Trierschacht. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Brauchst's mir nicht so blöd nachmachen. Aber wenn ich es anders machen würde, als blöd wär's nicht authentisch. Ja, aber so ist es auch ganz schön lustig. Ohhhh. Okay. 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 Jetzt nach unten. Nach unten durchs Fenster. Fenster! Aaaaaah! Ach du Schreie. Ach du Schreie. Ach du Schreie. Das mit dem Fenster habe ich ja vorhin versucht euch zu erzählen, aber... Du warst einfach weg. Dennis, wir haben alles auf Video und du hast kein Wort von dem Fenster gesagt. Jetzt kommt doch mal hinterher machen. Was bleibt ihr? Ja, nach links! Go, go! Schmicky! Das kann man hinterher immer noch machen. Erst in Bewegung bleiben. Okay, das brennt. Treppe! Wieder nach unten und Treppe hoch. Da oben ist ein Heilungsfeld. Das kann jeder gewesen sein, wenn Al hoch einen Schloss verteilt. Fallon Okay, kommt nach oben Technologisch? Sie haben keinen Tag, oder nicht? Boah, wir hätten nicht nur in die Klaven können, dann Ah, okay Kann man aufschweißen, okay Incoming Haltet mehr für die Nase mal Ich bin dabei Ich hab mich nicht aufgeschaut Ich umdrin, ich pass hier unten auf Nee, warte, jetzt hab ich die zugeschweißt Hahahaha Ey, die lässt sich nicht öffnen Fuck Oh nein Das ist der Herr Das kannst du doch jetzt nicht wirklich finden Das ist die einzige, das ist das einzige Ziel, was noch ab ist Kannst du mit dem Schlammwerfer da drücken, verdammt? Das ist nicht wahr, oder? Alle, geh mal, geh mal beiseite Ich hab noch Munition Äh, nee, das trifft ihn nicht Wo ist denn das Ei, links? Ja Faller drauf, faller drauf Ich werde gleich ohne Munition da stehen, habe ich irgendwie das Gefühl Ja, ich hab, ich hab Schlammwerfer ready Okay, zum, zum Aufzug, nach unten Nimm Miggi Run, run, run Go, go, go Ich mach noch einen healen Okay, jetzt sieht er irgendwie nach einer Chance aus Nicht gereicht Holy Crap Der Gifff ist weg Kann ich den Gifff füllen raus? Ich hab auf den Parko gerufen Ich hab den Parko gerufen Sonst besser, dass die Mesh ja nicht gestartet Ich mach der Gegner, der hier in der Nähe stand Ich hab jetzt gar nichts mehr Da kommt er, da kommt er, rein 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 Holy fuck Ist irgendjemand gestorben? Yeah America Leute, das ist so ein großer Antrieb, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Fett mal herkriege Oh Gott, Leute Das ist so schön Ich hab Yeah, ich hab den Killgann freigeschaltet Woah Hier Die Helle Ich hab am wenigsten Killed Ich hab am wenigsten Hell Ich hab am wenigsten Ammo Die Mesh Aber ich hab mit am meisten Friendly Fire Die Mesh haben wir ja mal so richtig gerockt So, das war eine sehr erfolgreiche Mesh, die wir total durchgerockt haben Ich glaub Dennis ist grad schon wieder weg Für alle Noobs da draußen Das ist Alien Das spielt immer Leute, ich... Zu viel, also... Bis zum nächsten Teil Hello Irgendwie bin ich auch grad gequittet, sind wir alle geflogen? Ja, aber irgendwie komm ich auch grad automatisch wieder rein Wie gesagt, bis zum nächsten Teil Bis zum nächsten Teil Das ist eben ein ungeiles Video